Guten Morgen. Können Sie die Post mitnehmen? Wenn es unbedingt sein muss. Dann bist du heute Nacht nach Hause gekommen. Ja, spät. Wann fliegst du heute Abend? Um sechs. Hast du die Rechnung von meiner Autoversicherung bezahlt? Längst erledigt. Mama, hast du Erdungsbutter gekauft? So ein Shit, ich habe gleich eine Klausur. Strafrecht. Wie wäre es, wenn du zur Abwechslung mal einkaufen gingst? Wo kommst du überhaupt jetzt her? Von Christian, warum? Der von der Uni? Mit den grauen Schläfen? Ja, und es war eine geile Nacht. Neidisch? Nein. Ich habe die Klausur schon mal vermasselt. Und duschen muss ich auch noch. Seebeck? Nein, ich fahre in fünf Minuten los. Ja, kann ich machen. Nein, nicht vor 18 Uhr. Gut, bis gleich. Herrgott, nochmal. Deine Erdungsbutter bringe ich dir heute Abend. Hallo, Süße. Ja. Hast du gut geschlafen? Ja? Ja? Ich auch. Wir werden ein wunderbares Wochenende haben. Es ist ein ganz unzauchendes Häuschen direkt hinterm Deich. Weißt du, anziehen sollst? Wieso willst du was anziehen? Ja, ich hole dich ab, wie verabredet. Bis heute Abend. Ich küsse dich auch. Buongiorno, Enrico. Buongiorno, Signora. Ecco il suo panino. Voilà. Bitte. Das sieht aber gut aus. Moment, ihr Kaffee. Buongiorno, Zucca. Vima. Ach, Sie sind dein Schatz, Enrico. Ciao. Grazie. Arrivederci. Halt, Mama, halt. Ach, schrei doch nicht so. Komm, kannst du das nie. Andere Mutter können das. Ups. Okay. Hallo, Schätzchen. Mama. Stell dir vor, du Ton fällt aus. Tut mir so leid, Mama. Aber Katjas Mutter muss heute dringend zum Zahnarzt. Der Hort ist noch geschlossen und, ich meine, der Babysitter... Kostet einfach, ist schon gut, Kleines. Komm, Anna. Wer ist es denn? Welches Hotel? Für deinen 50. Einen 50. Kann man das vielleicht ein bisschen netter umschreiben? Komm, Kleines, fahr los. Dann ist dein Chef wieder sauer. Danke, Mama. Siehst du, Mucksmäuschen, Stehjaten. Siebert? Du bist nur angesprochen. Ja, gib mir kurz. Nussvinigrette. Nein, das geht Ihnen gar keinem Fall. Mein Mann ist Aspartiker. Mann. Nein, mein Mann reagiert auf Nüsse mit einem Erstickungsanfall. Denkst du bitte an die Architektin aus München in zehn Minuten? Sagen Sie, was halten Sie davon, wenn Sie die neuen Menüvorschläge mir einfach durchfaxen würden? Gute Idee. Ja, auf Wiederhören. Mann, Stehjaten, du kannst hier nicht malen. Geh darüber an den Tisch. Komm. Ich mag aber hier mal. Nein, nein, nein. Hier. Oh, Frau Kaminski. Welchen Umstand habe ich denn Ihren Besuch zu verdanken? Ihre Frau Mutter hat mich heute Morgen vor die Tür gesetzt. Oh. Was ist laut? Ich höre nicht zu. Du fragst mich, was los war. Hör zu, Mutter. Und überregst du dich auf. Musst du dich immer so aufregen. Mutter. Wir haben jetzt in dieser Stadt fast alle Frauen zwischen 40 und 60 restlos durchgetestet. Du hast die Person eingestellt. Nimm du sie. Sie hat mich heute Morgen aus dem Tiefschlaf gerissen. Aus dem Tiefschlaf wann? Um zehn? Der Kaffee schmeckt wie kalter Fisch. Kaffee? Du sollst überhaupt kein Kaffee trinken. Und außerdem um halb elf sollst du deine Tabletten nehmen. Aber wie du möchtest, Mutter. Im Alberto-Stift wird sicherlich bald ein Zimmer frei. Das weißt du sehr genau. Weißt du, was ich glaube? Du wirst alt und unerträglich. Ich gehe in kein Heim. Ich komme doch sehr gut allein zu rechnen. Johannes! Johannes! Ich komme gleich! Randy! Ist was? Was ist denn mit dem Nudelauflauf passiert? Den hat Papa gegessen Ich muss los Ich schlafe heute Nacht bei Christian Tschüss Äh, wie ging es denn mit der Klausur? Restaurant? Stefan? Seeberg? Pardon, wie war noch mal der Name? Vandenbroek? Aus Holland? Ach, das nette Wochenendhäuschen Wie? Bei meinem Mann und wer? Ich? Das habe ich ganz vergessen Neue Matratze Schön Und der Schlüssel liegt beim Kaminholz Gute Idee Ja, dankeschön Auf Wiederhören Liebling, was ist los? Auf der Hose vom hellen Anzug ist ein kleiner Rotweinfleck Vielleicht könnte die irgendwer in die Reinigung bringen War was? Ob was war? Nein Nur ein Anruf wegen meinem Geburtstagessen, weißt du? Nimm dir das Wochenende frei, entspann dich Reicht doch, wenn ich durcharbeite, hm? Viel Erfolg in München, Johannes Ruf dich an Wer hatte sie denn diesmal? Siebzehn? Du mieses Drittel Siebzehn 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 Musik Buongiorno, Signora Signora Buongiorno, Enrico Vergessen Sie es Wie bitte? Nicht von keiner hohen Klippe springen Ich habe es probiert Mit Baden im Whisky habe ich auch nur schlechte Erfahrungen gemacht Frühstück Na, kommen Sie Kommen Sie Nein, danke, ich Ich komme schon alleine zurecht Wirklich Sie macht dann doch keine Unfug, nicht? Unfug? Ich? Ich bitte Sie Das habe ich doch längst hinter mir Verstehen Sie, es ist aus Immer wieder habe ich ihm verziehen Immer wieder ich, seine wahre Liebe Keine andere bedeutet ihm so viel wie ich Dieser Schmus Fällt euch meiner dennis Originelleres ein? Ich mache Ihnen Kaffee Betrügen Sie Ihre Frau auch? Musik Meine Frau hat mich verlassen vor sechs Jahren Jubische Wohnung haben Sie hier Wirklich keinen Zucker? Nein Doch Einen Löffel Nein, zwei Vielleicht Ist Ihre Ehe Ihre Liebe Vielleicht ist das alles zu Zu was? Zu elastisch Ja Sie lassen sich, kann sein Zu viel gefallen Wer verlässt morgens als Ärzte das Haus? Sie? Wer arbeitet hart und kommt müde zurück? Sie? Und wer geht für die ganze Familie einkaufen? Auch sie Die Mülltonnen zum Beispiel Ihr Mann rührt keinen Finger Sie stellen sie raus Jede Woche Immer wieder Und er denkt nicht dran Oder das fährt ihre Tochter Sie stellt es direkt vor ihr Auto Ohne Rücksicht Jeden Tag Ich muss gehen Und spannen Sie mal aus Ausspannen Wie denn? Enrico Sie? Sagen Sie Also nur für den Fall Würden Sie mich vielleicht Ich meine Würden Sie mich Was? Begleiten? Wohin? Nizza zum Beispiel Oder kennen Sie Capri? Das ist sehr schön Das ist Strand Meer Ich bezahle auch alles Es ist kein Problem Ich mache das Für den Laden finden Sie doch sicherlich jemand Und ich dachte auch Das wäre für Sie Wozu? Wozu? Naja Urlaub? Vergessen? Sie sagten doch, ich solle ausspannen Ich muss raus hier Mir wird das hier alles ein bisschen zu Naja, ich dachte Sie wollen es im Heim zahlen Sie wollen sich rächen mit mir an ihm Aber ich dachte doch nicht Ich bitte Sie, Signora Sie brauchen doch nur mit dem Finger zu schnipsen Schon springt ein Gärten aus der Hecke Danke für Ihr Angebot Schlafen Sie eine Runde Sie sind ja ganz erschöpft Lass mich in Ruhe Ja? Was? Welcher Tischschmuck? Was ist damit? Nein, 50 Rosen Nein, nein, nein Lassen Sie mich den Tischschmuck machen Ich kümmere mich darum Ja, bitte Wiederhören Ich will niemanden sehen Komm, ja Hören Sie, vergessen Sie sie Es war nur so eine Idee, weil ich nicht gern allein Schwamm drüber Ich wollte Sie nicht verletzen Wann? Morgen? Was morgen? Capri Zu touristisch Amalfi Amalfi Die Maschine nach Neapol geht morgen um 12.20 Uhr Amalfi? Nicht gut Doch Schon? Mama, spinnst du? Wo willst du denn hin? Was ist denn Papa davon? Papa? Das ist alles organisiert Mein Büro übernimmt das Ausladen der Gäste Und wenn ich zurückkomme, feiern wir im kleinen Bereich Hast du Hitzewallungen? Zum Nachttisch gibt es Sorbeto Champagne mit Mandelkrapfen 70 Gäste sind geladen und du willst jetzt kneifen? Mutter Du nimmst deine Pillen, die gelben und die grünen vormittags und mittags die roten Meine Tochter hat den Verstand verloren Hier Das brauche ich nicht mehr Aber wie sollen wir dich erreichen? Anna Du passt auf deine Mutter auf Oma Nimm dich doch mit Sie hat den Verstand verloren Avanti, per favore Die Fähre geht in 10 Minuten Aber zum Hafen geht's da runter Da war ein Schild Wir müssen da Hoher Touristen Hoher Touristenfahrer rechts Wenn das Meer liegt, liegt Avanti Barbara Kommen Sie Wenn wir diese Fähre verpassen, müssen wir hier übernachten Ach, Enrico, mein Schuh Aber was machen Sie denn da? Mein Schuh Wir müssen uns beeilen Ach, mein Schuh Ich bitte Sie Die Fähre geht gleich Jetzt kommen Sie schon Beeilen Sie sich doch Bitte Erreuen Sie Wie kommen Sie darauf? Dann waren Sie das letzte Mal allein So wie jetzt In Urlaub? Ohne meine Familie Nie Bárbara Bárbara Das ist da Malphie Die Fähre geht gleich Die Fähre geht gleich Erreuen Sie auch Die Fähre geht gleich Errico 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 Wir haben gleich morgen einen Termin beim Notar, Enrico. Könnte es sein, dass das gerade Ihre Mutter war? Und Ihre Schwester wahrscheinlich. Und Ihr Bruder, habe ich recht? Mein Bruder, meine Sparge. Ach, das ändert natürlich alles. Sie haben mich reingelegt, mich benutzt. Ich benutze Sie? Ja, Sie locken mich hier nach Italien, in dieses Caf. Und was machen Sie? Sie besuchen Ihre Familie. Heimaturlaub auf meine Kosten. Ich spendiere das Flugticket, die Fähre und Ihr Hotelzimmer. Ich bitte Sie, Sie wollten doch hart über Kopf weg, aus Ihrer Ehe fliehen, das Abenteuer suchen, die flüchtige Affäre, schön bitte. Alles, was Sie wollen, aber zu meinen Konditionen. Oh! Zu Ihren Konditionen, ja? Ja. Ach. Wissen Sie was? Das war's. Ich bedanke mich für Ihre nette Begleitung und wünsche Ihnen eine schöne Woche mit Ihrer Familie. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Na, seine Frau. Lassiste. Na, woher ist das Frau? Enrico! Bravo! Bravo! Prego, bitte sehr. Ihr Zimmer. Ist doch wunderbar. Das letzte, das frei war. Grazie. Grazie. Prego, Signora. Der Balkon, da gibt es ein kleines Problem. Oh mein Gott. Sie haben etwas später reserviert. Leider, ich kann nichts machen. Okay. Io sono, Signora Seberg. Per favore, io voglio una bottiglia di Champagne e di Fragule... Wie bitte? Ja? Achso. Nein, ich hätte gerne eine Flasche Champagner und Erdbeeren mit einer doppelten Portion Pfeffersahne. Ja. Danke vielmals. Äh, Zimmer 308. Dankeschön. Hallo. Hallo, sind Sie Frau Seberg. Ja? Hallo. Hallo, sind Sie Frau Seberg. Die Ehefrau. Siehst du aus? Was ist passiert? Ach nix. Nix Schlimmes. Und wo ist mein Vater? Ach der ist mit die Ambulance in ein Siegerhaus gebracht. Sein Bein war ganz kaputt. Aber ihr ist nichts passiert. Ihr? Welcher ihr? Dunkelhaare. Dunkelhaare. Leckermalschen. Können Sie hier bitte unterzeichnen? Dunkle Haare. Lecker. Und wie alt? Zwanzig? War so. Wissen Sie was? Für den unterschreibe ich nicht. Der kann mich mal mein Vater. Hat sie nicht gesagt, wohin sie geht? Alfredo, irgendwas gefragt? Eine Nachricht hinterlassen? Nein. Mama mia. Alfredo, ich miete dich. Wo ist sie? Und wenn ich die Blumen ins Zimmer? In hierzimmer? Ja. Eimpossibile. Alfredo, die Signore ist wie… Alfredo, die Signore ist wie… Viene sie ins Limoncello. Ich würde die Massen und raffreddaten. Grüß Sie, Signora. Ist Ihr noch frei? Prego. Meine Liebe zu vergessen, eine Liebe zu finden und eine Liebe zu leben. Darum kommen wir von mir her. Ciao, Antonio, come stai? Hey, Enrico, wie geht's denn? Bist du wieder da? Anton, die Dame ist mein Gast. Wie bitte? Antonio, arrivederci. Signora, arrivederci. Aber bleiben Sie doch. Vielleicht treffen wir uns wieder am Strand. So eine Unverschämtheit. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Ich habe Sie doch hier nicht als Anstandsfrau engagiert. Was hat der Gute Ihnen erzählt? Dass die Touristen aus drei Gründen hierher kommen? Und die Zeitung unter seinem Arm hat er nie gelesen. Die ist noch von 82. Als Italien Fussballwettmeister wurde. Barbara. Barbara, bitte. Wir wollen nochmal von vorne fangen. Bitte. Hören Sie zu, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ja. Wir zwei auf der Fähre gehen an Land. Falsch. Ich gehe an Land. Sie kommen drei Fähren später. Auch gut. Mhm. Wie Sie wollen. Aber das Fantastische ist, Amalfi ist nur ein Quadratkilometer. Und wir laufen uns immer wieder über den Weg. Dann lassen wir es doch drauf ankommen. Sie gehen da hinunter. Und ich da. Arrivederci. Ich gebe es ja zu. Ich war nicht ganz ehrlich zu Ihnen. Barbara, das ist meine Heimat hier. Und ich wäre heute so oder so hierher gekommen. Bitte. Auch wenn meine Familie hier lebt, wird sie absolut diskret. Ach ja. Hören Sie. Ja. Das Ganze mit uns. Das war ein Irrtum. Hm? Geben Sie mir noch eine Chance. Sie wollten sich doch amüsieren. Genau. Wissen Sie, was ich glaube? Der Mut verletzen Sie. Und ich habe Sie so bewundert für Ihr unmoralisches Angebot. Schön. Zugegeben. Nicht gleich am Anfang. Aber eben liegt Barbara. Wie Sie mich um Begleitung gebeten haben. Übrigens habe ich hier ein Schloss. Naja. Eine alte Villa. Ich würde sie Ihnen gerne zeigen. Ich liebe sie. Hä? Die Villa meine ich. Und heute Abend feiern wir da. So richtig? Es wird Ihnen gefallen. Das weiß ich. Barbara? Barbara. Arrivederci. Hören Sie mir hier hockey wiederse ache. Papa Sie? Nee, они dort auch nicht. Seine Sind覺得chter war alles nicht gemacht. матischeins τους. Ich adonicieren sie ihr euch. Das war nicht. Sie konnte. Ich Tutcnisch zeigen. Stellt euch vor, wo sie ist. Das ratet ihr nie. Warum denn? In Italien. Ach, ich sehe nie. Doch. Im Hotel La Bussola in der Malfi. Wer? Oma? Anna, du gehst jetzt besser mal nach oben. Ich war bei ihr im Büro. Warum kann ich denn nicht hier mal? Lass sie doch mal an, was das für ein Mensch ist, mein Herr Schwiegersohn. Der wer? Niemand. Du darfst auch mal im Fernsehen, ja? Darf ich doch sowieso. Tee, bitte. Das ist jetzt auch noch mit den Armen, Oma. Na, Papa liebt sie doch. Warum tut er das? Was hat Sex mit Liebe zu tun? Oma. Was machen wir jetzt? Mama hockt da einsam in ihrem Hotel und tollt sich die Augen aus. Die Touristen sind schon. Kapisch. Warum kommen sie nicht mehr? Wir haben die Pizzerien nun renoviert. Aber niemand kommt. Bast. Bast. Und wenn du einmal anfällst mit Julben, bis hier ersticken sie dich. Serafina. Wir verkaufen die Villa. Und passt. Hm? Ich weiß ja, wie du an allen hier hängst. Hier. Trink das. Okay. Grazie, André Enrico. Ciao. Enrico, ein Poco di Vino? Nein, nein, so ist das Leben. Haben Sie sich verirrt? Was ist das für ein Haus? Wer wohnt da drin? Ich. In meinen Ferien. Ganz allein? Ja. Seit mein Grossvater starb. Er hatte die Villa meinem Vater und er hat sie uns vererbt. Meine Schwester und mir. Aber sie wohnt unten am Aachen. Diese alte Villa hier, das frisst einen auf. Darum. Ich habe ihn alles aufgegessen. Ratze, putze, leer. Enrico, warum sagst du denn nicht, dass sie hier ist? Willst du uns nicht vorstellen? Meine Schwester Serafina, Barbara Seberg aus Deutschland. Buenaser. Signora Seberg, wie schön. Mein Bruder hat ja schon so lange niemanden mehr mitgebracht seit seiner Scheidung. Sie muss ja unbedingt meine Mutter kennenlernen. Und das müssen Sie unbedingt probieren. Bitteschön. Probieren Sie das. Eigener Wein aus Ravello. Mein Mann Mario. Oh, Tarotella. Kommen Sie, flannen Sie mit mir. Seit wann versteckst du sie? Aber älter als du, oder? Vergiss es, bitte. Du bist verliebt. Ah. Schlingel, du. Schlingel, du. Na nun? Der Engel hat ja den Kopf verloren. Kein Wunder. Er hat sich verliebt. Und jetzt bekommt er Kopf und Gefühl. Die Liebe und dieses ganze Leben hier nicht mehr zusammen. Ah ja? Er ist hübsch, der Engel. Sie können ihn haben. Sie können hier alles haben. Für sie mag ich ein besonders verlockendes Angebot. Sie wollen verkaufen? Nein. Will ich nicht. Darf ich dich was fragen? Du hast mich geduzt. Ah ja? Warum hat dich deine Frau verlassen? Weil ich dumm war. Ich wusste nicht, was wirklich wichtig ist im Leben. Darum. Sie musste jeden Morgen um fünf aus dem Bett. Sie arbeitet in einem Labor. In der Klinik. Der Uni-Klinik. Und ich kam nie vor's Weihnachthaus. Hm. Ich war Chefkoch bei Luigi. Bei Luigi? Mhm. Aha. Weisst du, was Liebe ist? Liebe ist, wenn man in dem anderen lesen kann. Wie in einem spannenden Buch. Aber man muss es aufschlagen wollen und kennen, das Buch. Immer wieder. Jeden Tag. Als sie weg war, habe ich die Stelle aufgegeben. Zu spät. Siehst du den Zopf meiner Mutter? Sie hatte einmal ihr Haar wie du. Mein Vater hat es noch berührt. Kurz bevor er starb. Seitdem lässt sie es wachsen. Darf ich dich auch was fragen? Mhm. Wollen wir tanzen? Du und ich? Ciao, Mama. Gute Nacht. Gute Nacht. Weisst du, was ich toll fand? Was? Die wundervolle Aussicht aus deinem Hotel. Bestechend, ja. Ich habe hier fünf Zimmer. Frühstück mit Zimmerservice. Vier Sterne. Nein. Fünf. Alle Sterne am Himmel. Reichen nicht aus. Seid ihr Italiener eigentlich immer so? Wie dann? Ihr gebt nicht auf. Nie bevor wir am Ziel sind. Das ist der Hotelboy, Oma. Das geht schon in Ordnung. Guck mal, da. Oh, Mann. Da hinten ist, glaube ich, Omas Hotel. Sie hat ausgecheckt. Ihre Sachen werden gerade weggebracht. Ja, wo will sie denn hin? Nach Mexiko? Äh, stopp, stopp. Sie können alles wieder aufladen. Hältst du mich für verrückt? Nein. Ich halte dich für etwas sehr Besonderes. Ich mag Frauen, die das Leben lieben. Weisst du? Die weiterlaufen, auch wenn ihre Männer sie betrügen. Oder sie sich mit ihren Schuhen in Fischernetzen verrädern. Ich kann aber nicht mehr. Ja, dann setz dich doch in Omas Stuhl hier. Guck mal. So. Ja. Jetzt aber schnell. Wann sind Fisch da? Oh, ich war auch noch nicht hier. Oma, wir kommen. Was war das? Sie bringen dein Kepäck. Das geht in Ordnung. Was für ein schrecklicher Berg. Der hört ja niemals auf. Wie soll denn da ein normaler Mensch jemals hochkommen? Oma! Oma, da bist du ja! Hallo. Wo kommt ihr denn her? Hallo, Mama. Papa ist so ein Schuft. Wir lassen dich doch nicht allein an deinem Geburtstag. Aber ich hab doch im Büro ausdrücklich gesagt, dass ich nicht... Wie geht's dir denn? Geht's dir gut? Was machst du hier? In dieser Ruine. Und wer ist der junge Mann? Der willst du uns nicht vorstellen? Doch, natürlich. Das ist, ähm, Enrico. Enrico... Das hab ich vorstellen, meine Familie. Parlez-vous, Salman, junger Mann? Aber klar. Sie auch? Wir sind nicht in Frankreich, Oma. Wofür? Wir sind nicht in Frankreich, Oma, junger Mann, junger Mann, junger Mann, junger Mann, junger Mann, junger Mann. Was soll das? Oh, Mama, die Fahrt auf der Ferie hierher. Ein Traum. Wieso Gärtner? Warum wohnst du nicht in einem anständigen Hotel? Barbara, komm. Ich muss mit dir reden. Hübsche Bruchbude. Bruchbude? Wie könnt ihr denn sowas eine Bruchbude nennen? Allein die Bruchböden hier, die sind aber... Ach, hier! Kenne ich sie nicht irgendwo, ja? Du? Enrico, das ist völlig unmöglich. Besserlich sind alle Italiener gleich aus. Aber wem gehört das Haus? Haus! Ein Haufen alter Steine! Marie! Hast du die Majolika hier in der Küche gesehen? Ein bisschen investiert in die Sibylla und sind ja wunderschön. Ja, Schöntchen. Hast du diese Ruine hier etwa gekauft? Gehört das jetzt alles um? Das ist verrückt. Was gehört alles um? Also, wenn ich frustriert bin, dann kaufe ich mir Skudale. Mama legt was drauf und kauft ein Haus. Hör zu, das ist ja allweilig. Also, schön. Jetzt zeigst du uns die Zimmermannchen. Jungermann, bringen Sie mir doch bitte meine Koffer auf mein Zimmer. Du kannst doch nicht. Mutter. Mutter, ihr könnt doch jetzt hier nicht einziehen. Wozu sind wir der Nacht erreist? Damit wir uns hier Postkarten schreiben? Alle Achtung. Gestern ernähst du mich zu deinem Liebhaber. Heute degradierst du mich zum Gärtner. Und morgen? Lass sich der Gärtner vielleicht eine Flasche Wasser mitnehmen? Enrico. Warum denn? Ich habe noch einen Termin. Mama, kommst du? Wir kennen uns hier nicht aus. Oma! Das Haus ist riesig, aber unten ist ein Klo. Ja, natürlich gibt es ein Klo. Hier, du Maus, gibt es ein Klo. Entschuldigung, hier gibt es ja unglaublich viele Türen. Ich muss mal ins Bad. Ins Bad? Ja. Warte. Ins Bad. Das Bad ist, äh... Hier, nein. Hier, lass mich doch mal gucken. Wahnsinn. Und die Sachen, die man alle presst, sind? Das ist ja ein Märchenhaft. Was gibt es denn hier? Hier? Hier schlag ich. Ach, und die Zimmereinteilung steht schon fest? Ja. Wenn die Herrschaften hier unterzeichnen wollen, dann ist alles in Ordnung. Grazie. Die Villa Il Castello aus dem gemeinsamen Besitz von Enrico Aleramo, Sofia Aleramo und Serafina Rocco, geborene Aleramo, gehört dann der Käuferin, Marina del Cantone. Oh, alles wird gut. Oh, alles wird gut. Oh, du, Enrico. Wir müssen verkaufen. Wir brauchen das Geld. Du lebst doch in Deutschland. Was willst du wie so eine Villa hier? Na, Enrico, bitte. Unterschreib. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Was willst du? Entschuldige. Ich fühle mich so... Ich hätte Ihnen doch unmöglich die Wahrheit sagen können. Nein. Was hätte ich Ihnen denn sagen sollen? Dass Ihre Mutter erotische Träume verfolgt? Dass sie eine Affäre sucht? Nur weil Ihr Mann sie betrogen hat? Noor, wofür schämst du dich? Ich bin kein Teenager mehr. Vielleicht schämst du dich auch für ganz was anderes. Wofür? Ich bin ein Typ von der Strasse. Ein Lieferant für Pasta und Prosciutto. Ist doch peinlich. Ist doch peinlich. Für eine Frau wie dich. Wer bitte? Das ist doch Unfug. Ah ja? Aber deine Töchter sind erwachsen. Warum sagst du es ihnen nicht? Steh zu dir. Und steh zu mir. Guten Nacht. Guten Nacht. Und steh zu mir. Und steh zu mir. Und steh zu mir. Und steh zu mir. Wie soll man hier schlafen? Ohne Stadtgeräusche. Das ist ungerecht. Warum sind die Farben hier so anders als bei uns? Möchtest du ein Glas Wasser? Kaffee wäre mir lieber. Kindchen, was willst du hier? Dein Mann ist auf einer anderen ausgerutscht. Na und? Er ist mich zufrieden damit, Mutter. Er braucht diese Affären. Von seinem schwachen Selbstbewusstsein. Du hast mir mal gesagt, ich soll mich von ihm trennen. Weißt du das noch? Ja, vor 20 Jahren. Himmel, du wirst jetzt pralle 50. Du bist ja so aufbauen, Marie. Dankeschön. Verschwendest dein Vermögen für diese Ruine. Was willst du? Zum neuen Erdteilen aufbrechen? Ich bitte dich. Der Mann ist heiße Luft, ja. Aber er macht eine gute Figur an meiner Seite. Ich weiß, ich weiß. Na ja, hat Kunstsinn. Was man von deinem Vater nicht behaupten konnte. Saubere Fingernäge. Saubere Fingernäge. Himmel. 28 Jahre Ehe. Barbara. Ihr seid Freunde. Was will der denn? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Nacht. Möchten Sie einen Kaffee? Ich kann Ihnen... Nein. Mir hast du keinen kochen wollen. Ach. Aber Signora, wäre es zu viel gefragt, wenn ich vielleicht Ihre Dusche benutzen dürfte? Aber ja. Sie kennen ja den Weg. Denke ja. Morgen, Mama. Noch kein Kaffee? Sowas Beknacktes. Ich hab mein Bikini vergessen. Aber es stört dich doch sonst nicht. Buongiorno, Signore. Buongiorno. Oh, ich hab geschlafen. Märchenhaft. Wie schön für dich. Guten Morgen. Guten Morgen, Kleines. Ah, sieht gut aus, dein Gärtner. Hast du vielleicht was mit ihm? Was schaust du mich so an? Na, du bist ja noch mit fünf Aufstützrädern gefahren. Manche Mädchen riskieren was. Na ja, muss auf die anderen gehen. Ich erledige das jetzt gleich. Ich verspreche es dir. Und Sie sind wirklich hier geboren? Ja. Was ist denn das? Das ist ein Moorbad, in dem man sich die Füße wärmen kann. Möchtest du? Ach, danke. Frühstückt der jetzt immer mit uns? Marie. So ein Shit. Der bist du ja endlich. Hört zu, ich möchte euch etwas sagen. Was ist? Meldet er sich nicht? Nein. Wer? Christian, das ist der mit den silbernen Haaren. Den kennst du doch. Ich habe ein Verhältnis mit meinem Prof, müssen Sie wissen. Aber Sex mit Grauhaarigen gilt hier ja als Leichenfledderei. Könntet ihr vielleicht mal einen Moment... Du weißt doch nicht gemeint. Wie alt sind Sie denn eigentlich? Freddy. 40. Mensch Mama, weißt du noch, wie wir vor zehn Jahren deinen 40. Geburtstag gefeiert haben? In dieser Burg am Rhein? Oh, das war so romantisch. Ich habe gelogen. Ich bin 44. Was wolltest du sagen? Ich... Ich wollte sagen, dass wir... Sagen Sie, Enrico, könnten Sie uns heute vielleicht ein bisschen die Gegend zeigen? Das wäre unwahrscheinlich nett. Ja? Worum geht's denn, Mama? Geht's um deinen Geburtstag? Ein Gärtner als Fremdenführer. Auch gut. Aber vorher sollten Sie mal gründlich wässern. Der Oleander da drüben, der hängt schon so vertrocknet wie ein alter Mann. Aber natürlich, Signore. Ihr Gärtner erfüllt jeden Wunsch. Guck mal, da hinten die Bäume. Das sind Zypressen. Guck mal, und da unten, das ist Amalfi. Da kommen wir her. Das ist Amalfi. Und hinter diesem Pass, da liegt Ravello. Und diese römische Villa, das ist die Villa Cimbrone. Schön, was? Ein wunderbarer Aussicht, oder? Mensch, Mama, ist das schön hier. Aha. Seit wann sind Sie schon, Gärtner? Seit wann? Seit wann? Er, es traf mich sozusagen unfreiwillig. Über Nacht. Über Nacht? Ja. Mich auch. Ich wollte so gern studieren. Literaturwissenschaften. Mhm. Na, stattdessen habe ich mich... Vorsicht! Danke. Mami, darf ich spielen gehen? Ja, gern. Ich habe mich in den falschen Mann verliebt, wurde schwanger und... Ja, jetzt sortiere ich Bücher ins Regal. Buchhändlerin. Oh, ist die schön. Was ist das für eine? Das? Na ja, eine Blume. Eine Distel. Vielleicht. Eine Distel? Vielleicht. Was redet ihr denn noch so lange? Wir wollen weiter. Wollen wir das? Guck mal, Mami, was ich gefunden habe. Anna! Komm mal sofort weg. Es geht da ganz schnell runter. Es klemmt. Weißt du was? Amelie hat mir gerade erzählt, dass in jeder Familie niemand so richtig an sie glaubt. Aber das stimmt doch gar nicht. Hier klemmt was! Das ist auch gut so. Der Arzt hat sowieso gesagt, du sollst laufen. Ich kann aber an den Nagel sehen. Ich hoffe, Sie waren mal eine wilde Tänzerin. Wild? Nein, begnadet. Ja, ja, das war ich. Diese Beine, schade. Sie werden allmählich unförmig. Unförmig? Wie kommen Sie denn darauf? Rollstuhl, ständige Zitzen, Passivität. Ich komme. Wir sollten endlich ein Restaurant für deinen Geburtstag aussuchen. Der hat was, dein Gärtner. Ne? Marie, möchtest du dich nicht setzen? Nein! Jetzt im Augenblick jedenfalls nicht. Das muss in der Familie sein. Madonna, Sie haben schon Ihre Familie geholt. Er meint's ernst. Mario! Mario! Hey! Ja? Ja? Moment bitte. Ja? Verstehe. Hier. Ja, schon gut. Danke, Umi. Was ist denn? Ich hab sie verhauen. Ich hab Strafrecht schon wieder verhauen. Ich schaff dieses beschissene Studium nie. Denk nicht drüber. Enrico? Amüsierst du dich gut? Doch. Ja. Macht Spass, was? Was denn? Was denn? Meiner Familie so zu imponieren? Sie zu verführen? Oh sehr. Vor allem deine Töchter. Ich bin da ganz wie dein Mann. Ich fresse kleine Mädchen. Für mein Leben gern. Das wäre angemessen. Hm? Wofür? Für deinen Geburtstag. Da gibt's zum Nachttisch die echten Delizier-Alemone. Das ist mein Geburtstag, Marie. Es reicht. Du kannst dir dein Essen sonst wo hinstecken. Das doch. Au! Total süß. Hoppsel. Schon probiert? Hm. Wie fallen wir denn jetzt eigentlich in deinen Geburtstag rein, Mama? Gehen wir heute Abend essen oder kochen? Essen. Ja? Ah ja. Essen muss ich mit euch. Aber kochen darf ich alleine. Wunderbar erdrücken dir doch alle seid. Ich hab euch nicht gebeten, mir meinen Geburtstag zu vermasseln. Allein wollte ich sein. Hört ihr? Alleine. Ihr könnt mich alle mal. Und du mich auch. Ich hab euch an. Ich hab euch an. Ich hab euch an. Vielleicht sollte mal einer nach hier sehen. Mama? Amelie? Was ist denn mit dir passiert? Meinst du, das gefällt ihm? Wem? Mit deinem Gärtner. Raus! Mama! Und reicht es jetzt? Hast du dich genug gerecht? Warum machst du es mir nur so schwer? Ich? Dir? Du stehst dir doch im Weg. So ein Unsinn! Es hätte so schön werden können. Es hätte so schön werden können. Und wenn wir jetzt... Was jetzt? Ich meine... Wenn wir einfach nochmal von vorne anfangen würden? Wie denn? So? Oder so? Oder so? Oma! Die lieben sich jetzt, oder? Aber Mama hat doch einen Mann. Wenn die vor Mitternacht ihr Liebesnest nicht verlassen haben, dann trinken wir den Champagner alleine. Guck mal! Guck mal! Was ist denn das? Ein Zungenkuss! Anna! Zeig mal! Was für ein wunderschöner Morgen! Wo fahren wir eigentlich hin? Vertrau mir! Das ist meine Heimat hier! Schau dir die Sonne an! Schön! Ja! Fantastisch! Gleich sehen wir da! Oh! Vorsicht links! Gut, so? Ja! Achtung! Gleich... Vorsicht der Felsen! Si, si, si! Kompanzieren! La Grotta dello Esmeraldo! Barbara, nur für dich! Ich schenke sie dir die Grüne Grotte! Du bist total verrückt! Vielleicht hab ich's nie gewusst! Was? Wie schön das Leben ist! Freddy! Verschnüffelst du in Mamas Sachen? Du glaubst es nicht! Was glaubst du, was ich hier habe? Wo lernt man das? Im Jurastudium? Mama hat diesem Typen die Fähre bezahlt! Na und? Rechen ist eure Mutter gewohnt! Der Typ ist ein Gigolo! Wie ich euren Vater kenne, trägt sie auch die Hotelrechnung für seine Liebesnächte! Und nicht nur das, sie hat ihm auch den Flug spendiert! Ich flog ja her! Ich... Da haben die sich ja schon in Deutschland... Sie hat ihn abgeschleppt! Und er lässt sich alles zahlen! Ihr auch! Ich schätze nur, ihr zahlt es ihr in geringerer Wert zurück! Ach Oma! Verstehst du nicht! Sie bezahlt für ihn! Sie hat ihn gekauft! So richtig? Ja! Das hätte ich ihr nicht zugetraut! Oma! Das ist wie im Märchen! Ja! Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute! Wuh! Schluss jetzt! Achtung! Halt dich liebe fest! Bravo! So! Raus aus dem Boot! Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk meines Lebens! Wer? Ich? Du auch! Genau! Wir hätten uns anmelden sollen! Ja! Die Deutschen! So sind sie! Schlafen bis Mittag! Amalium! Dann mach ihr mir Kaffee, hm? Ja! Weiweiweiwei! Rein mit euch! Wer kann denn das sein? Wo ist das Messer? Wie soll ich Brot schneiden? Ohne Messer! Lass mich mal dran! Sie tun so, als wenn Ihnen das alles schon gehört! Kaffee! Buongiorno, Signore! Haben Sie gut geschlafen? Hatten Sie eine gute Nacht? Wer ist denn das? Was fragst du mich? Sie sind bestimmt la mama di Barbara! Hab ich recht? Serafina! Questa la mia mama Sofia! Mario! Mein Mann! Buongiorno, Veneze! Was wollen Sie hier? Und was ist das? La mia delizia limone! Hausgemachte Zitronentörtchen! Ein Gedicht! Wo ist mein Sohn? Enrico? Und Barbara? Wo? Wissen wir auch nicht, wo die beiden sind! Amore, Amore! Das ist die Familie von Enrico! Macht nichts! Möchten Sie Kaffee? Ob wir Kaffee wollen? Was trinken Sie denn morgens? Bier? Was hat Mama alles erzählt? Alles hat sie erzählt! Wie Sie sich kennengelernt haben! Wie denn? Und? Habe ich zu viel versprochen? Nein! Du auch! Okay! Aber warum kennen Sie sich hier so gut aus? Komme! Meine Küche und hier! Das ist unser Haus! Das ist Ihr Haus! Aber das Haus gehört meiner Mutter! Noch nicht! Mir gehört die Villa! Noch gehört sie meine Bellissima! Und Enrico natürlich! Der Gärtner! Was meinte sie mit Gärtner? Mein Bruder ist Koch! Ach! Weiß meine Mutter, dass die Villa Enrico... Natürlich! Was denken Sie denn? Der Typ zieht sie aus! Der will nur ihr Geld! Mafiosi! Eure Mutter lässt sich über den Tisch ziehen! Das ist Amore! 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 Sonst nennt man das Hormonstörungen! Mutter! Mama! Wie kannst du das nur tun? Du kannst doch nicht nur, weil der Typ einigermaßen gut aussieht, gleich Millionen für ihn hinblättern! Was redest du da? Seit wann duzen wir uns? Was für Leute! Wovon redest du? Lass aber! Er lockt dich hierher und macht dich scharf! Erst auf sich und dann auf diese Hütte hier! Hast du zu viel getrunken oder was? Was? Lassen Sie mich los! Sie wollen Schwester in Ruhe! Basta! Sie müssen die Villa kaufen! Ich bin sonst ruiniert! Die Villa? Was ist mit der Villa? Ich will sie nicht! Aber Sie kaufen sie doch! Oder nicht? Sie wollen ihr Geld! Sie wollen nur ihr Geld! Willst du die Villa verkaufen? Nein! Will ich nicht! Was willst du denn da? Wir brauchen das Geld! Enrico de Prego! Wir brauchen das Geld! Enrico! Wir müssen verkaufen! Ich will doch die Villa überhaupt verkaufen! Wir machen uns, keine Wir brauchen das Geld, wir brauchen das Geld, wir brauchen das Geld! Sie haben hier gar nichts zu erklären, ich will gar nichts von Ihnen wissen. Sie haben nämlich gar keine Anjagd-Würfen gestorben. Gehen Sie alle raus hier! Wo ist sie? Hä? Wo ist Barbara? Sie bringt dir Unglück. Lass sie! Lass sie! Lass sie! Barbara! Barbara, warte! Barbara! Barbara! Barbara, bitte! Du hast dir gedacht, ich probier's mal, hm? Das hast du ja geschickt eingefädelt. Alle Achtung! Das stimmt doch alles nicht! Nein, nein, dieses Kaffee muss da sein und das Hotelzimmer. Kein Meerblick, ein exklusiver Blick auf die Baustelle. Bitte, Barbara! Das Zimmer hast du bestellt. Weisst du was? Vergiss es! Probe wohnen im Schloss. Blütenblätter auf dem Kopfkissen. Donnerblätter. Barbara! Barbara! Barbara, warte! Erinnerst du dich noch an unsere erste Begegnung? Im letzten Sommer war das. Morgens, um halb acht, deine Bluse war so blau wie der Himmel hier. Du standst mir gegenüber in der Haustür. Einen Arm, halb im Jackett. Dein Lieblingsjackett, vermutlich. Jedenfalls ist es hier. An den Ellenbogen, leicht abgenutzt. Mit der anderen Hand hast du die Eklipse an die Ohren gesteckt. Diese grossen mit den gelben Steinen und mit den Füssen. Du bist in deine leichten Sandaletten geschlupft. Alles auf einmal, Barbara. Verstehst du? Du willst immer alles auf einmal. Prompt. Prompt hast du den linken Schuh mit der rechten verwechselt und beinahe... Beinahe, ja. Ich hoffe, du würdest mir in die Arme fallen. Lass das, Enrico. Aber darum geht es. Nur darum. Hör auf dich, was du fühlst. Nicht auf sie. Ich muss jetzt gehen. Du kannst nicht gehen. Nicht so. Ich liebe dich, hörst du. Du hast mich nie wahrgenommen. Aber ich dich schon immer. Ich liebe deinen verträumten Blick morgens, wenn du die Zeitung holst. Schliesse meine Augen und seh dich. Liebe dein Schnuppern am Kaffee, bevor du trinkst. Nicht, Enrico. Lass das. Ich bin verheiratet. Verstehst du? Und jetzt fällt dir das ein? Jetzt? Ja. Ja. Es war sehr schön mit dir. Aber es war nur eine Affäre. Ja? Es war nur eine Affäre. Nur eine Affäre? Okay. Aber wenn du jetzt gehst, musst du mir eins versprechen. Komm nie mehr zurück. . Musik Barbara, mein Leben, meine einzige Ich habe die Hölle durchlebt, ich wusste ja nicht, wo du bist Es tut mir so leid, ich wollte dir nicht wehtun Ich habe dir noch gar nicht gratuliert Später, Johannes Morgen Ja? Hallo, Mama Mir tut das alles irgendwie so leid Ich weiß auch nicht, wie das alles so... Aber wir kommen morgen nach Hause, ja? Und wir bringen auch deine Sachen mit Das ist gut, Freddy Gute Nacht Sie nicht Und schon gar nicht über ihre Tochter Du bist ja schon auf? Guten Morgen Ich weiß, Johannes Ich weiß nicht Was siehst du, wenn du die Augen zumachst von mir Was ich von dir sehe? Barbara Ich will dir nichts schuldig bleiben In deinen Händen liegt das Geld für den Flug um die Fähre In deinen Händen lag vielleicht auch mal mein Leben Ich weiß, was du bist Und das ist mir auch nicht Ich weiß, was du hast Was ist? Kriege ich keinen Kuss? Morgens. Mittags. Wann immer du willst. Untertitelung des ZDF, 2020